3 Trophäen, komm Tobi! Oh, oh mein Gott! Entscheidende Runde um 1000 Trophäen, ich will jetzt nicht verkacken. Unterstütze mich mit dem Creator Code in Worldstars. Dafür kannst du ganz rechts im Shop meinen Code JOYONAS eingeben und mich damit kostenlos supporten. Danke. Hey Leute, wir sind gerade live im Stream und heute soll es endlich soweit sein. Mein erster Whirler auf 1000 Trophäen. Ihr wisst, ich habe es oft versucht, ich habe es oft versprochen. Ich habe es mit Leon in Wirbelhöhle versucht, also komplett lost bisher. Aber heute werden wir zum zweiten Mal bis in die Nacht pushen. Das letzte Mal haben wir erst um 10 Uhr richtig anfangen können, mit Jean auf jeden Fall. Und da war es eben zu spät und da mussten wir um Halbzeit abbrechen, weil es uns zu lange gedauert hätte. Heute wird die Map passend sein, um 10 Uhr bekommen wir eine neue Map. Die sollte dann passen, die ist auch ohne Energydrinks, die Map, die sollte dann perfekt sein. Wir werden es noch ein bisschen einspielen und haben jetzt auf jeden Fall als Startpunkt 874 Trophys. Also es sind schon so hoch, wie ich noch nie gewesen bin. Ja, wird spannend werden, ich hoffe, das Ganze wird klappen. Ihr wisst, das Ganze wird sehr aufwendig werden. Ich habe insgesamt ungefähr schon 20 Stunden gepusht mit verschiedenen Brawlern für die 1.000 Trophäen. Allein mit Jean ist auch schon wieder um die 6 Stunden. Also ja, würde mich über Support freuen. Wenn ihr Bock habt, Leute, genau, wenn euch die Videos gefallen, rechts im Shop gerne, CraterCore to Jonas. Und jetzt würde ich mich über jeden Support freuen für das Video, wenn ich wirklich die 1.000 Trophys schaffe. Es wird ein langer Push werden bis in die Nacht. Let's go und euch viel Spaß mit den Highlights. Ich habe Angst, ey. Ich habe auch ein bisschen Angst, auch meine ersten... Nee, du darfst keine Angst haben, ich habe Angst. Oh Mann. Oh mein Gott, okay. Wir müssen uns aber auch erst eine gewisse Zeit einspielen, das ist immer dasselbe. Okay, so. Ja. Ich habe auch meine Ulti, wenn ich jetzt ein Energy bekommen würde, das wäre extrem OP, weil dann kann ich meine Ulti mit Energy benutzen. Da, da, oh mein Gott, let's go, komm, schnell. Das ist genau das, was du wolltest. Ja. Ich würd's hier schon mal. Die kommen doch unten. Sollen die da unten pushen? Ja, ja, komm da unten. Die sind auch ein bisschen lost. Ist hier noch mehr? Ich pull. Oh mein Gott, sie lost ist. Oh mein Gott, starker cool, aber stark. Trotzdem gut, okay. Sieben cubes kommen direkt die erste Runde. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Oh mein Gott, check out. Ich weiß es auch nicht. Okay, der Dynamek... Oh, oh, oh. Alter, die ist Angst down gegangen noch. Okay, Dynamek hat es 8 cubes. Was sind vielleicht sogar ein bisschen fresher. 9, ja, ich weiß. War gut, der muss eher wegmoven. Ja, ja, deswegen. Oh, double team, okay. Oh, treckige Teamer, man. Ich hab gleich mal meine Weed. Sehr nice, sehr nice, sehr nice, sehr nice. Ah, nein, nicht ganz. Ah, da muss ich jetzt aufpassen. Ach, jetzt kommen die Wände halt auch. Egal, das Piper noch, okay. Die pushen jetzt gerade, sehr gut. Wir müssen auf jeden Fall top 2 kommen, sehr wichtig. Ich push gerade Nani oben. Sehr gut, sehr gut, Tobi. Nani ist down, sehr gut, let's go. Ich brechere den jetzt. Okay, okay. Oh mein Gott, ich bin so low. Oh mein Gott, let's go. Direkt die erste Runde, Leute. Geil. Yes. Bisher trotzdem plus 6 bekommen in zwei Runden. Das ist trotzdem super stark. Brock ist auch schon relativ low. Wir haben jetzt 6 cubes wieder. Das ist wieder unsere Runde. Wichtig, let's go. Team draußen bis in den Top 3. Komm, jetzt noch einen Platz. Dann haben wir das plus. Okay, let's go. So, jetzt hier safe spielen. Sehr nice. So, und jetzt haben wir den Energy. Wichtig. Ich sage, wir pushen die Alte. Ja, okay. Ich komme von oben. Oh, let's go. Tobi, oh mein Gott, let's go. So stark von dir. Nice. Oh mein Gott. Okay, okay, Tobi. Let's go. Wir sind Top 3. Okay, Crow hat einen Boxer ausgeschaut. Da oben ist noch ein Leon. Crow hat einen Boxer ausgeschaut. Da oben, da oben, da oben. Ja. Ich habe den Fass. Die kriegen jetzt einen Energy. Pass auf, die kriegen jetzt einen Energy. Lass da weg, Moven vielleicht. Oh, das ist auch gut. Oh mein Gott, so stark, Tobi. Let's go. Stark. So, Leon ist noch einmal stark. Achtung. Bleib, bleib, bleib. Das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm. Pass auf, Leute, deswegen nehmen. No, das war der Team, let's go. Oh mein Gott, wir sind wieder Top 2, Leute. Was geht ab? Hast du lost? Ja, bisschen scheinbar. Ja, ich glaube, die nehmen es nicht ganz ernst. Ja, die haben auch gegeben. Gut, die haben auch keine Chance. Die haben über 10 Power-Up. Ja, das stimmt. Komm, wir sind kurz für nur 100 wieder. Richtig. Das läuft schon mal, aber egal. Es lief es jetzt mal auch. Wir hatten immer unsere Phasen, unsere guten, unsere schlechten. Ja, jawohl. Ich habe Puls. Ah, da ist er mit dem Puls, oder? Jawohl, wichtig. So, Top 3. Ich glaube, das ist unsicht. Nee, das ist ein Sandler. Ich weiß nicht. Da geht es ab, das ist ein 10er gleich staunen. Let's go. Jawohl, let's go. Plus 7. Oh mein Gott, was? Jetzt haben wir die Serie. Kommen wir jetzt wieder gewinnen, sind wir direkt bei 900. Das wäre jetzt ganz wichtig. Also, ich schiebe mal auf ihn. Oh mein Gott. Noll. Komm, wir lost? Ja, jetzt lassen wir holen. Den haben wir. Dead Legs, glaube ich. Rassim? So. Ja, schön. Oh mein Gott. Ganz wichtig, so. Das ist ein anderes Team. Okay, ich muss mal hier drin jetzt. Kämpfen. Ich brauche noch ein paar Sekunden. 10, 9. Oh. Ja. Oh mein Gott. Jungen, das machst du wieder. Jungen, das war wieder so krass. WTF. 5 Sekunden. Bin zurück. 4. Ich habe noch Heal für dich. Was soll ich uns eigentlich packen? 1 Sekunde. Ich brauche Heal für dich. Heal. Oh. Äh, ups. Penguin. Bye-bye. Wir wegen Heal. Ja, jetzt haben wir ihn eigentlich. Ich pull ihn. Ohne Witz. Wir haben gerade so eine geile Streak, Leute. Wir sind bei 916 Trophies. Jetzt habe ich echt das Gefühl, dass wir es wirklich heute schaffen können. Das ist das erste Mal. Bisschen vorsichtig im Surge. Da ich auch den Dings habe, das Gadget habe. Aber es kann mir gut low halten gerade. Hab wieder getroffen. Ja, lass uns mal holen. Sehr nice. Aber natürlich jetzt auch dafür gleich, ähm... Ja. Banner respawn. Let's go. Den holen wir uns jetzt. Ich pull den. Jawohl, das ist die Runde für uns. Er, O-Crow mit Energy. Passt nochmal ein bisschen auf. Ja. Weil waren wir wegen Heal. Voll halt ein bisschen Koffi gebraben. Ja, und jetzt ist ja alles gut, alles gut. Jungen, die Runde ist schon wieder OP. Was redet gerade ab? Jawohl. Ja. Nice. Sehr schön. Jungen, was geht ab, ey? Eineinhalb Stunden sind wir am Puschen. Jetzt haben wir so eine Streak die letzte Dreiviertelstunde. Ja, die Fighten hat es sehr gut. Ich mache den Pull. Ja, sehr stark. Jawohl, sehr, sehr gut. Ich habe jetzt auch gleich... Äh, ne. Ich bin nicht Pulled. Ich bin nicht. Egal. So, jetzt einfach save. Zweiten Platz sichern. Ja. Sehr gut. Nein. Oh mein Gott, wir haben gerade so eine wichtige Streak, Leute. Es gibt es echt nicht. WTF, was geht ab? Spawn G. Ich bin down. Lol. Sekunde. Es war ein bisschen verkackt von mir, sorry. Oh, oh. Oh mein Gott. Ich bin da wieder gecarried, glaube ich. Junge, Tobi. GG. Oh mein Gott, ey. Aber es ist auch egal, ob es eins oder ob es zwei werden eigentlich. Oder geht? Ja, zwei. Kräzlig. Und zu mir, da ist noch ein Cube, mit dem ich gerade fighte. Ja, komm ich, komm ich. Den kriege ich aber nicht. Schade. Okay, okay. Lol. Surge, schuldet. Oh, was? Wie schnell bin ich? Oh, pass auf. Das ist aber der einzige noch übrig. Es ist aber nur zwei Cubes. Die kannst du eigentlich auf mich warten, oder? Ich bin in acht Sekunden zurück. Sieben, sechs. Energy. Ja. Ja, ja, aber was sag du? Ich bin jetzt eine Sekunde zurück. Ja, jetzt warte. Das geht schon los. Ich probiere einen Energy zu holen. Das kann ich nochmal holen einfach. Sehr nice. Wichtig. Oh mein Gott, es kann wieder die Runde werden. Pool einfach. Kannst auch das Geschirr zu poolen, ist egal. Weil dadurch ist offen. Ja, aber naja. Energy, wenn wir den kriegen, let's go. Äh, lol. Oh mein Gott, wenn du die kriegst. Oh mein Gott, jetzt kann. Oh mein Gott, das ist Doppeljacky. Lol. Doppeljacky, krass. Ja, die wollen hier mit ihrem, naja, Gales, äh, Surge ist schon hier. Richtig krass im Start auf jeden Fall. Ja, die müssen wir echt, ich geh mal von oben rein, oder? Ja, ihr habt klein, na, ich hätt aber auch, ich würde vielleicht das auch nicht zu akkur, denn am Ende, wenn wir dann wieder vierter sind, weil wir ein anderes Simons-Push. Weiß man auch nicht, wir müssen uns echt ein Risiko gehen. Fitter hat abgehört, ja, ja, ich versuch weiter drauf zu schießen. Das ist auch, dass noch Minen, da ist noch Minen, ne, irgendwo dort, auch. Ich pull erst einfach meine Surgen, hab ich denn raus, let's go, ja. Take mit, okay. Nächste Energie für Take, okay. Leute, einfach Kopf weggepult. Okay, ich muss scheinlich down. Nee, nicht ganz. Ähm. Nächste machen, egal, bei zwei auch gut. Alles gut, wir sind Top 2, das ist das. Ich bin zehn Sekunden zurück, 9. Hat er noch mal Energy? Wie lange hat er noch mehr? Ja, Energy hat er, jetzt weg, okay, let's go. Fünf, vier, ich bin gleich zurück, drei, zwei, eins, ich bin auch zurück jetzt. Sehr gut, das kannst du dir reinpreschen, genau das kann ich hier. Ich pull jetzt. Come on, come on. Ach, schade. Ach, schade. Ich will jetzt gleich mit dem ersten Spielfeld, das war mein Geil. Leute, wir sind bei 948. Lass mich mal ein bisschen ein Kissen nehmen. Nice. Stark, Tobi, wichtig. Ja, das ist halt vielleicht overused, aber gar nicht. Aber war gut, ja, das haben wir das Duell gewonnen und jetzt haben wir einen Cube mehr. Schon mal, das ist ein Glück besser rausgegangen, als gerade eben noch. Trotz natürlich jetzt nicht der beste Stadt insgesamt. Ja, ja. Zwei Hyden Ries, die haben einen Cube gestohlen von uns. Hallo. Ja, ja, ja. Achtung, diesen Ries spawnen zu. Also ich glaube, wir sollten eher die nochmal pushen, weil die uns hier nicht komplett nerven. Ich habe auch gleich meinen Pull. Hast du einen? Ja. Doch, wichtig. Pass auf, das sind noch Minen-Dinge, glaube ich. Oh, jetzt geht's go. Na, fast. Da brüchelt echt Probleme dort. Junge, WTF, es ist so krass, was gerade abgeht. Wir haben 12 Cube, let's go. Oh mein Gott. Oh, Mine. Egal, alles gut. Sollten uns eigentlich. Da unten, da. Oh, da kommt die Baby gerade. Siehst du's? Ja. Ja, ja, schön abgehauen. Ich pull's meins nichts. Ja, natürlich nicht. Das war so eine cleane Runde nochmal. Eine Runde haben wir, oder? 21,58 nochmal schnell starten. Schade, dass wir nicht durchziehen können. 957 haben wir. Ich will jetzt nicht zu arg in die Minen- Ja, ja, ich will das auch nicht zu arg pushen gerade, ehrlich gesagt. Aber ich habe auch Angst, dass wir jetzt natürlich gepressured werden. Er kann es auch eigentlich ganz gut wehren. Und Gitarre ist auch unterwegs, okay, interessant. Ich habe so Angst, ey, es ist nicht sterben, ey. Also wenn wir Top 2 kommen, brauchen wir noch einen Win. Wenn wir Minus kriegen, ist halt mies, aber hauptsache nicht Minus. Also hauptsächlich nicht wieder der Fünfter. Das ist ne Search noch, okay. Ich push den Crow so ein bisschen ganz Zeit. Ja. Wir müssen nur den Crow bekommen. Ich pull den ran. Nice. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, Leute. Oh mein Gott. Eine Runde noch danach. Ah, schon noch links noch. Oh mein Gott, jetzt. Ja, Platz 1 schaffen wir nicht, Digga. Oh mein Gott, wir brauchen noch eine Runde. Ich fasse es nicht, was geht ab? Leute, wir haben 900 und... Oh mein Gott. 97 Trophäe. Okay, okay, okay. Drei Trophäen. Drei Trophäen. Komm, Tobi. Oh mein Gott. Entscheidende Runde um 1000 Trophäen. Ich will jetzt nicht verkacken. Oh, das ist ein guter Spawn. Oh mein Gott. Ja. Und das ist ein 2. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Letzte Runde Brawl TV. Oh mein Gott. Geil. Leute, wie ist das so ein ewiges Ding werden? Check uns auf Instagram. Okay. Die haben noch eine Box. Das ist ein richtig kranker Start. WTF ist die letzte Runde. Wir haben so ein Lucky Start. WTF? Okay, jetzt aber einfach. Okay, bitte auf gar keinen Fall. Die Runde ist hier verkackt. Okay, 1000 Zuschauer. Einfach jetzt hier in der letzten Runde rasieren. Und hier die 1.000 voll machen. Also. Ja, ich komm zu dir. Platz 4, Platz 5, dann scheiße. Platz 3 wäre super. Der ist free. Oh mein Gott, die Runde sieht zu gut aus. Die Runde sieht echt gut aus. Ich will es nicht schaffen. Aber. Ein Platz für die 1.000. Komm, lass es holen. Lass es holen. Jetzt einfach ruhig bleiben. Jawohl. Ein Kill noch. Oh mein Gott, Tobi. Ja, Mann. Yes. Es geschafft. Lass uns Platz 1 holen. Lass uns Platz 1 holen. Oh mein Gott, ich bin noch mal los. Lass einfach noch mal für den Flex Platz 1 holen. Oh mein Gott, wir haben es wirklich geschafft. Ich fass es nicht. Es ist halb. Oh mein Gott, okay. Konzentration nochmal. Das ist immer eine schöne Abschlussrunde einfach. Let's go. Ach, egal. Komm. Das holst du noch, Tobi. Das holst du gegen 1.000. Let's go. Flex ihn weg. Zack. Let's go. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Yes. Let's go. Yes. Ja. Oh mein Gott, ich hab's nicht gedacht. Ich bin zu lost für die 1.000. In zweieinhalb Stunden. Rang 30. Ja. Leute, danke für den Support erstmal gerade. An der Stelle auf jeden Fall gerne alle bei Tobi vorbeischauen. Der ist in der Beschreibung verlinkt. Mein erster Brawler auf 1.000. Ich werde versuchen, vielleicht ab jetzt jedes Season einen Brawler auf 1.000 zu pushen, wenn es vielleicht einen OP Brawler gibt. Und wir fordern die Belohnung erstmal gerade ein. Ich muss erstmal gerade einen Screenshot machen. Ich fasse es nicht. Und zack. 41 Trophys. So geil. Insgesamt haben wir 8 Stunden gepusht in 2 oder 3 Tagen. Oh mein Gott. Ich bin einfach nur happy. Ich mach mir ein Bild auf Instagram. Später. Ja. 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 Und jetzt haben wir es einfach um halb 11 geschafft. Was?